Song Nummer 3, Jumel und Staub, ein ganz großer Favorit für uns auf diesem Album. Ein Song, den wir auch relativ früh geschrieben haben. Wir haben ziemlich viel ausprobiert, dieses Mal mit Synthesizern irgendwie, mit vielen Flächen. Und das ist ein Song über Tour, über das Leben auf Tour. Und dass die Fans einen immer wieder zurückholen und dass man sich da aufgefangen fühlt. Vor allem, es sind zwei Perspektiven, wie man das Tourleben sehen kann. Einmal so dieses im Bus sitzen, alles total geil finden. Und ich meine, auf Tour ist für uns das Schönste. Wir lieben es, viel unterwegs zu sein, viele Menschen zu treffen. Das ist die eine Sichtweise, aber dann auch die andere, dass man halt ausgebrannt ist, wenn man viel unterwegs ist. Und wir sind ja auch eine Band, die ab und an mal gerne nach der Show noch ein bisschen Feier geht. Drogen nimmt. Drogen nimmt. Ganz viel vor. Und dann kann man echt abstürzen. Ja, und dieser Song ist halt so eine Erzählung über die Tour. Storytelling, aber halt auch irgendwie so den Bezug zwischen Fans und Band. Und Ende mit einem schönen Special irgendwie, das wir uns da einfallen haben lassen. Genau. Aber dazu müsst ihr euch das Album kaufen, damit ihr dieses Special auch hört. Hört rein. Und träumt euch weg. Genauso wie wir bei dem Song.